Ja, Herr Zach, endlich wieder zu Hause spielen, nach vier Auswärtsspielen. Ich glaube, die Auswärtsspiele waren gar nicht so schlecht, da hat man gepunktet. Die Mannschaft hat sich auch in Play-Off-Form präsentiert, wie ich fand. Ja, ich fand es auch so, es war ganz gut, es gibt immer was zu sagen. Wir haben sehr gut gespielt, die Spiele, und haben auch dementsprechend gepunktet. Aber zum Beispiel im Vergleich Hamburg-Nürnberg. Hamburg haben wir konsequent 60 Minuten lang unseren Plan eingehalten. Gegen Nürnberg wollte man schon wieder zu schnell zu viel. Und das ist natürlich, was natürlich herausragend war, vorzuheben, dass man immer wieder einen Rückstand aufgeholt hat und dann letztendlich einen Punkt mitgenommen hat. In Nürnberg hat man das gesehen, dass die Mannschaft ungewöhnlich viele Tore bekommen hat, nämlich drei Stück. Das gab es unter Ihnen eigentlich so gut wie gar nicht. An was hat es gelegen? Ja, wie ich schon gesagt habe, zu schnell, zu viel gewollt, zu ungeduldig und dann die Mannschaften sind jetzt alle gut, man kann es beobachten. Wenn man ihnen einmal drei gegen zwei erlaubt oder zwei gegen eins, dann schlagen sie schon zu oder irgendeinen Fehler in der eigenen Zone und dann kracht es meistens schon. Diese Auswärtstour mit vier Auswärtsspielen, unterm Strich kann man zufrieden sein, glaube ich, mit den Punkten. Man muss punkten momentan und das hat man getan. Ja, ich bin sehr zufrieden. Vor allem bin ich auch zufrieden, dass wir auch dann nicht, wir hätten ja auch drei Spiele gewinnen können, anstatt in Overtime zu verlieren oder in Penalty zu verlieren. Aber das ist ganz gut so. Penalty in Overtime gibt es im Playoff nicht mehr. Overtime schon, aber halt bis zum Ende. Aber wie gesagt, wenn alles immer ganz reibungslos läuft oder wie wenn man den Schalter umschaltet und dann läuft es sich und wer geht dann nach oben. Mir ist es lieber so, wir wollen natürlich ins Viertelfinale kommen, den direkten Weg und das wollen wir heute bewerkstelligen. Das heißt, drei Punkte gegen Ingolstadt, dann ist man quasi durch, sagen wir mal so. Dann müsste schon viel passieren, dass es nicht mehr klappt. Ist Ingolstadt eine Mannschaft, die auch noch in die Playoffs will, aber auch Punkte braucht unbedingt? Ja, Ingolstadt braucht unbedingt Punkte, weil bei Ingolstadt geht es jetzt ums Heimrecht in den Pre-Playoffs. Ingolstadt kommt nicht mehr in die Playoffs, aber es geht ums Heimrecht um die Pre-Playoffs. Und da brauchen sie jetzt jeden Punkt, weil sonst hat plötzlich Berlin das Heimrecht um die Pre-Playoffs. Aber wie gesagt, bei drei Punkten sind wir durch, da gibt es auch nichts mehr. Also Ingolstadt wird heute wirklich mit dem Rücken zur Wand kämpfen bis zum Umfallen, das muss ihr Team auch tun. Ja, und vor allen Dingen, wenn man das weiß, das ist auch uns in Hamburg so passiert, da waren wir auch nah dran am Strich unten. Da haben wir gesagt, heute brauchen wir es unbedingt und da tritt man halt dann irgendwie ein bisschen anders auf. Es ist auch menschlich, aber wir sind gewarnt und ich hoffe, dass ich die Jungs so einstellen kann, dass sie auch 100% das wissen, was uns erwartet heute. Alles klar, viel Erfolg. Danke.